Hallo, mein Name ist NRW Venue und das ist der Scheiß-Content von Freeza und schaut rein. Ey, pass auf, nicht, 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 nicht. Nein, nein, nein. Doch, doch, das geht, das geht. Ich hab noch gesagt nicht! Ich hab noch gesagt nicht! Er sagt, das geht, das geht. Ich sag noch, mach nicht! Er sagt, das geht, das geht. Warum immer Schisserei? Erlendeckung, hier ist eine Schisserei, weg von den Automaten, sofort, sofort weg von den Automaten! Dies ist kein Test, bitte verlassen Sie umgehend das Casino. Ich glaube, ich werde zuerst. Okay, ich werde zuerst. Es ist so schlecht! Ich hab... Ich hab die Wahlen... AAAAAH! Weg, was denn du dreckst so? Nein, ich liebe! Aber ich... Du dreckst so, weg! Weg, 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 weg! Ich muss... Weiß ich nicht, sollen wir? Moment, lass erst mal was... Aber Shell, ich lass mir, glaube ich, was Gutes überlegen für EP! Moment, ich lass mir, glaube ich, mal was Gutes überlegen für RP! Mir hat der Kopfschmerzen! Wein in der Berg! Oh, Leidenberg! Och, Diggraaaaa! Ja, alles klar. Ja, Rico. Auf jeden Fall. Ich bin... Geh ich jetzt mal von aus. Oh, diese Karre ist so ein Huren-Bastard-Sohn, Digga. Lässt ich nicht so gut fahren, oder was? Digga, dieser Hurensohn ADAC, Digga. Wer hat sich das ausgedacht? Ach, scheiß drauf, ich gehe schlafen. Warum? Bist du entspannt hier, oder nicht? Ja, ja, ist völlig entspannt, Digga. Was ist denn? Du musst mir zu sein, du bist mir zu aufgebracht. Was ist denn? Ich habe eigentlich Breitenberg gefragt, aber bist du jetzt mein Liederschafter? Naja, wenn du vor mir stehst und sprichst mir ins Gesicht, dann fühle ich mich angesprochen. Ich muss mich zu mir nehmen, um mit ihm zu sprechen. Wenn ich will, spreche ich mit dir, während ich dich nicht anschaue. Tschüss, okay. Ich auch. Ja, Mann, Merda, was ist los mit dir? Gardano, warum machen sie uns alles nach? Oh, was ist das denn hier? Habe ich Pi gemacht? Ich bin so dumm, ich wollte in diesen Griff packen. Ich wollte ihn da reinpacken, deswegen habe ich ihn gedenkst, damit er sich umdreht, damit ich ihn in den Griff packen kann. Oh mein Gott, ich habe Pi gemacht. Nein, es wäre so geil gewesen. Ja, einfach Pi. Oh, scheiße. Oh, no. Sie hatten doch gesagt, fuck Kali, Kattel. Wer? Zwei Helix oder ein oder was geht jetzt auf? Ey, die haben Waffen. Die haben Waffen, Hermanus, die haben Waffen. Also auf dem Berg bei uns ist es ein... Hermanus, aber ich war's. Es geht hier ab, ich komme nicht raus, Alter. Ey, hier ist ein weißes Auto, unten an der Straße. Lass du ihn los, lass du ihn los. Könnt ihr uns helfen? Hey, Vorsicht, Vorsicht. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh scheiße, Digga. Oh shit. Oh shit. Oh scheiße, Digga. Oh scheiße, Digga. Oh nein, ich habe IC gesagt, Digga. Fuck. Oh Blackwater. Du warst immer ein treuer Begleiter von mir Blackwater. Und jetzt ist alles so aus. Blackwater. Deine Abteilung geht jetzt an Williams. Und... Und noch was. Ich habe was mit deiner Mutter. Zweimal am Tag. Und dein Vater massiert mir dabei die Schultern. Ich bin fertig, der Mediziner. Da ist der noch. Oh mein Gott. Rund, Glan. Der fick ich jetzt. Glan, du kommst zehn Minuten zu spät. Ey. Was soll die Scheiße. Die sollen direkt ausstecken und ihr nehmt die alle und alles ab. Bleib stehen. Stehen bleiben. Und noch tot. Digga, was machen die? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es war nur einer. Scheiße auf. Er wusste. Digga. Digga. Digga, was? Warum liegt der? Warum liegt der? Warum liegt der? Warum liegt der? Ich habe meinen. Warum liegt der? Warum liegt der? Ich bin's. Still mal deinen Arsch, Alter. So, Digga. Willst du da rein, Breitenberg? Dann warte, lass mich mal. Lass mich rein, lass mich rein. Hä? Von wem? Komm, Ali, wir gehen umziehen. Ich schwöre, ich schwöre, bis du noch einmal frech fick ich dich. Hast du verstanden? Ich glaube, okay. Oh, wow. Oh, Hammer. Schau doch nicht bei mir. Was machst du denn, du Hund? Ja, ihr habt blau, dann. Hermano, bleib stehen oder ich schieße dir in die Fresse. Bleib stehen. Bleib stehen. Komm raus aus dem Auto. Ich zähle bis drei. Eins. Das hätte ich nicht gemacht, wenn ich sie bin. Holen sie. Oh, bitte, Kacke. So, alle raus hier. Hallo, hallo, hallo. Ich gehe auf die Toilette. Wir schließen in fünf Minuten. Wir bitten Sie, schon mal jetzt, deshalb die Automaten auszuschalten, sich zu entfernen und zur Kasse zu bewegen. Vielen Dank. Bleib mal ernst. So, ihr habt ihn verstanden. Ja, da bist du. Ja, das geht. Und wenn ein Hundesohn meint, weiterspielen zu müssen, dann wird er ein Hausverbot bekommen, lebenslänglich. Also überleg dir genau auf deine Sucht, Aspekt, du Hundesohn. Weg vom Automaten, jetzt sofort. Ja, ich gehe auf. Du bist nicht mein Baby. Ja, das war der Ansatz. Baby, draußen bleibt es hell. Fahr auf, Ruhm binne und bin wieder zu schnell. Sitz auf dem Berg, hab ein Glas und ne Frau mit viel Spaß an nem Zelt. Baby, du sagtest, dass es dir auch gewinnt. Baby, draußen bleibt es hell. Die Stadt so dunkel und das Auto zu grell. Du lachst dich an, alles wirklich gestellte. Da schliegen in den Augen, was mir alles erzählt. Alles erzählt. Da schliegen in den Augen, was mir alles erzählt.